willkommen bei clash of clans wir machen heute ein video jetzt erst mal zeigen wir an die clan hier das haben wir jetzt zwölf leute die leute ja sind drei so stark eigentlich drinnen ja rest leider schwach und da ist der dominik der ist der 59 level der ist extra so weit runter gegangen da war vorher vor einer halben stunde ungefähr so weit oben und ja jetzt machen wir mal einen kampf da bogeys und so und drachen weil luckys schweinis in der kleinen burg in der kleinen burg sind magier und dann so ja jetzt suchen wir mal einen es kann jetzt leider ein bisschen dauern aber mein gott ja oder ja sind die magier level 5 sind schon gut stark aber besser wären es halt im max ja bootrank level schlecht schlecht Luftabwehr wird schon gehen ja ein Drache wird ja wird schon gehen ja sind ja noch zwei Drachen übrig und ja die Luftabwehr am besten zerstört werden wenn der Drache dahin geht ja haben leider nicht Sterne geschafft aber ja mein Gott haben wir zumindest zwei Sterne naja gut jetzt zeigen wir da einen kleinen Krieg Wiederholung und wir haben schon 20 Punkte die anderen erst 4 die anderen erst 4 ja den nehmen wir uns mal Wiederholung Mrs. Clash ja Blitzzauber naja Riesen und dann hinten dran Hila drachen auch Level 2 drachen auch Level 2 drachen auch Level 2 und Normalkampf macht oder auch beim Kleinkrieg wenn es ihr nur Barbankönig und Heiler ist sehr schlecht aber wenn es ihr Krim und Heiler ist das beste normalerweise und dann geht es weiter 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 Ja, gerne schon. Drachen Level 2 halten schon gut was aus. Ja, gut. Da sind noch ein guter Angriff. Ja, die sind schon gut geworden, die Angriffe und so. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut.